Sehr viel Sand, vergleichsweise hohe Temperaturen um 31 Grad und ziemlich wenig Wind. Das sind die Rahmenbedingungen für die heutige siebente und damit letzte Etappe hier bei der UAE Tour. Das erste World Tour Rennen der Saison neigt sich damit dem Ende entgegen. Es ist die letzte Etappe mit einer Bergankunft, das heißt also die ganz große Entscheidung um den Gesamtsieg. Sie wird heute noch einmal fallen. Am Ende geht es hinauf zum Jebel Hafid. Das Ziel liegt auf 1025 Meter Höhe und die letzten knapp 11 Kilometer führen mit rund 6,7 Prozent Steigerung recht ordentlich nach oben. Die letzten beiden Ankünfte hier oben, die konnte Tadej Pogacar hier im roten Trikot des Gesamtführenden gewinnen. Schauen wir mal, ob er heute hier vielleicht den Hattrick schafft, aber zunächst der Reihe nach. Die Etappe ist nicht ganz so lang mit rund 140 Kilometern. Es gibt die ersten Attacken direkt vom Start weg und dann schaffen es sechs Fahrer, sich vom Feld zu lösen. Es ist eine illustre Truppe mit Vermersch, Impey, Merkow, Davy, Schwarzmann und Groves und die wollen natürlich versuchen, mit möglichst viel Vorsprung in den Berg hineinzufahren. Und dann wollen sie mal gucken, wie weit sie eigentlich kommen. 3 Minuten 14 werden hier 40 Kilometer vor dem Ziel noch angezeigt. Also die Lücke ist da, aber sie ist nicht endlos groß. Und wir wissen alle, wenn das Feld hier Vollgas gibt, dann wird es ganz, ganz schwer werden, da vorne irgendwie über die Runden zu kommen. 10 Kilometer vor dem Ziel sind es noch 48 Sekunden für Vermersch und Schwarzmann. Die lösen sich ja auch nochmal von ihren beiden Weggefährten. Und hinten im Feld, da beginnt das Ausscheidungsfahren. Aber nicht nur das hohe Tempo lässt viele Fahrer zurückfallen, sondern auch Defekte und Radprobleme. Hier zum Beispiel bei Ruben Guerrero, dem neunten in der Gesamtwertung. Der hat an sich nur 42 Sekunden Rückstand und wollte das heute sicherlich mindestens halten. Der muss zunächst auf ein neues Rad warten und ist natürlich sauer. Vermersch indes hat jetzt vorne Schwarzmann abgeschüttelt, hat aber auch nur noch 40 Sekunden Vorsprung. Und wir sind zurück bei Guerrero, der bekommt jetzt nochmal Unterstützung von Sebastian Langefeld. Die beiden versuchen jetzt nochmal irgendwie nach vorne zu kommen, aber wir sehen es hier in der Helikopterperspektive. Der Berg schlängelt sich nach oben und das Feld zieht sich extremst in die Länge. Nur noch die besten Kletterer und Helfer sind jetzt also vorne. Vermersch wird hier eingeholt und Patrick Konrad, der österreichische Staatsmeister, fährt hier nochmal Tempo für seinen Kapitän, für Alexander Vlasov. 6,4 Kilometer vor dem Gipfel gucken wir nochmal von oben auf diese erste Gruppe und stellen fest, da sind wirklich nicht mehr viele übrig geblieben. Das Team UAE fällt in Höllentempo und die nächsten Rennfahrer fallen zurück. Auch Ahrens Mann kann ja nicht mehr dranbleiben. Die erste Gruppe ist jetzt keine zehn Rennfahrer mehr groß. Nun war die Frage, wer wirft als erstes den Federhandsche hin und greift an? Hier kommt die Antwort, es ist Adam Yates. Vor dieser Etappe, vierter in der Gesamtwertung, versucht er natürlich jetzt nochmal Boden gut zu machen. Minimum zweiter möchte er in der Gesamtwertung werden, aber er greift natürlich auch nach dem Tagessieg und vielleicht kann er ja auch Tadell Pogacar abschütteln. Er fährt also los, Pogacar geht mit und dann gucken wir mal, was dahinter mit dem Rest der Gruppe passiert. Peo Bebao hat auch noch einmal angegriffen. Der versucht nochmal nach vorne zurückzufahren und hat in seinem Schlepptor jetzt auch den Mann im weißen Trikot und das ist Jao Almeida. Der muss natürlich nicht führen, denn Bebao hat natürlich das Interesse, da vorne die Lücke zuzukriegen. Irgendwann sind sie alle dran und dann wird es taktisch sehr, sehr clever für das Team UAE, denn Jao Almeida fährt direkt weiter. Er kann eventuell auch diese Etappe gewinnen und deswegen muss jetzt also Adam Yates direkt in die Nachführarbeit, wenn er nicht, den Etappensieg her schenken möchte. Das heißt für Tadell Pogacar, er kann schön im Windschatten weiter mitfahren. 1,9 Kilometer sind es noch und die Lücke zur nächsten Gruppe wird jetzt bei rund 15 Sekunden angezeigt. Da kommt dann schon der dritte der Gesamtwertung, Alexander Vlasov, aber Ganna, der ja noch zweiter in der Gesamtwertung war vor dieser Etappe, der ist schon nicht mehr mit dabei. Es geht also jetzt hier wirklich ums Podium und nun wird es interessant. Vorne hat Yates noch einmal angegriffen. Pogacar geht mit. Bebao ist auch zunächst noch mit dabei, fliegt dann aber auch in die Luft. Und dann auf dem letzten Kilometer sind die beiden vorne ganz alleine. Yates hat nochmal versucht, alles rauszureißen, was ging. Dann kommt hier diese kleine Kuppe, danach geht es nochmal so ganz leicht bergab. Und wer das Ganze im letzten Jahr schon gesehen hat, der wird sagen, das kommt uns doch sehr, sehr bekannt vor. Tadell Pogacar attackiert mehr oder weniger wieder in der Abfahrt, holt nochmal richtig Schwung, fährt dann als erster hier um diese Kurve. Dann geht es nochmal leicht berghoch. Da bringt er nochmal einen Antritt, denn er weiß, die nächste Kurve, die kann entscheidend sein. Wenn ich da als erster herumfahre, dann kommt hier keiner mehr vorbei. Und genauso klappt es auch in diesem Jahr. Tadell Pogacar nimmt diese seltsame Kurve hier kurz vor dem Ziel als erster. Und Adam Yates, der hat nichts mehr zuzusetzen, er schaut sich nochmal um, Bilbao kommt nicht. Und Tadell Pogacar gewinnt zum dritten Mal hintereinander diese Etappe. Adam Yates kommt auf die zwei und Peru Bilbao, der wird hier dritter. Also, Shake Hands, der ersten beiden, die haben nochmal alles versucht. Sie können beide noch lachen und da wird natürlich anerkannt, dass Tadell Pogacar auch in diesem Jahr wieder alles richtig gemacht hat. Der hatte natürlich taktische Vorteile, aber so wie es hier aussieht, war er auch kräftig technisch auf jeden Fall heute nicht unterlegen. Damit ist also klar, der Gesamtsieg, der geht an diesen Mann, Titelverteidiger Tadell Pogacar im roten Trikot, macht den Sack zu. Seine Erolocke guckt auch heute aus dem Helm heraus. Adam Yates zieht ihm Stöpsel aus dem Ohr und sagt sich, gut, jetzt quatscht ich mich nicht voll, ich bin immerhin Zweiter geworden. Jedes Tagesergebnis, Pogacar vor Yates, dann Bilbao, Almeida, plapp, sehr stark. Auf der 5, dann Verona, Maika, Vlasov und Bouchard. Die ersten drei in der Gesamtwertung sind dann dementsprechend Tadell Pogacar, Adam Yates und Pejo Bilbao. Die haben sich heute nochmal ordentlich die Karten gelegt, von daher ist das auf jeden Fall ein Podium, das klar geht. Vlasov fällt leider zurück auf die 4. Sechs Sekunden hat er noch bekommen auf Bilbao, damit einen Platz verloren. Almeida dann Fünfter vor Verona und Maika. Tja, das war die UAE-Tour. Diese Bilder, wenig Landschaft, viel Sand und ein paar Steine, die bleiben uns hängen. Ansonsten einige spannende Etappen, viele schöne Sprints und ein Tadell Pogacar in einer sehr, sehr starken Bergform. Wir freuen uns auf den Rest der Saison und sagen für heute Adieu.